Herzlich willkommen Leute, willkommen zurück bei ein schrecklich netter Farmer, ich muss immer noch wieder an den Namen denken. Ein schrecklich netter Landwirt, danke Tino. Hier bei Loello TV, einmal hier und auf der anderen Seite der gute Tino McManus, auf der anderen Seite sein Kanal, hauptsächlich Gaming, Simulatoren und GTA. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und ab und zu mal bei so einem einen oder anderen verrückten Landwirt, auch mal privat. Genau, real life. Mich findet ihr auf meinem Kanal Landwirt.inmv. Ich bin ja auch nur zu Gast von dem Kanal meiner Frau und meines Schwagers. Ansonsten, wir haben in der letzten Folge behandelt Rübenroden. Wir haben in der ersten Folge behandelt, wie fangen wir an. In der zweiten Folge ging es, wie machen wir weiter. Schön zusammengefasst. Wie fangen wir an, wie hören wir auf, wie machen wir weiter. Ich glaube, wir haben es schön zusammengefasst. Perfekt. Jetzt haben wir hier die Rüben sozusagen auf die Mitte geschmissen. Das ist in der Realität auch gängige Praxis. Warum? Weil man die Logistik dann entkoppelt von der Ernte. Also ihr könnt euch das vorstellen, bei mir in der Region eine Rübenmaus und 20, 30 LKWs fahren dann dazu. Und wenn jetzt der Rübenroder kaputt geht, ja, was machen wir denn? Du meinst die Rübenmaus oder der Roder? Der Roder, genau. Wenn der Rübenroder kaputt geht, was machen wir denn? Dann stehen da 30 LKWs und warten, dass der Roder wieder heil ist. Deswegen werden Rübenfelder im Vorfeld abgeerntet. Also viel, viel früher. Und dann wird das hier so auf die Mitte gelegt. Wenn der Abtransport später liegt, also Dezember, Januar, wird das Ganze auch entsprechend mit einem Vlies zugedeckt. Ich würde es gerade sagen, das sieht man nämlich auch öfters malen. Das ist ein weißer Mull, der das Ganze vor Frost schützt. Frost würde natürlich die Zellen in der Rübe aufplatzen lassen. Wasser tritt aus und sie würde relativ zügig anfangen zu faulen. Danke. Danke? Ja, das war mein Vortrag. Ach so, das war es schon. Oder hast du heute aber nicht viel Redezeit beansprucht? Ne, 2.30 Uhr. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, genau, hier sehen wir noch mal ein paar Rüben. Boah, aiaiaiai. Keiner-Fahren-Effekt, man fährt nicht vor oder zurück, man dreht den Arm. Wie meinst du das? Ja, du kannst doch hier hinten das Förderband drehen. Nein, 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 der nimmt es nicht bis runter auf den Boden auf. Das ist gerade so mein Problem. Weil du zu schnell gefahren bist, oder? Wer ist recht? Bring mal ein bisschen dichter, vielleicht muss das ein bisschen höher springen. Ja, warum? Ai, 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 ai. Haben wir hier einen Bug und einen Fehler gefunden? Naja. Ich glaube, ja. Oder? Du kannst das irgendwie mit der Maus noch tiefer machen, kannst du? So geht auch nicht, ne? oder musst du das mit dem Schieber ranholen aber dafür ist der Schieber nicht da der Schieber ist eigentlich nur für die Restmengen da ich kann meinen Sitz drehen ich kann hier hoch und runter alles machen das ist alles schön und gut ich kann schwenken das funktioniert auch alles klasse aber leider vorne am Aggregat geht nur hoch und runter der Schieber ist normalerweise warte mal den Schieber müsste man doch aber ah warte mal man hat zwei Gruppen ja machen kann ich damit aber auch nichts außer dass ich den halt eben bedienen kann seitlich wo runter genau in der Realität ist ja auch nur für die Restmengen da dass man sich den Rest den kleinen Haufen da reinschiebt du kannst gerne auch mal probieren Hannes setz dich rein nö du wirst das schon können dann muss Tino halt gleich Radlader fahren und die Restmengen noch aufladen holt mal einen Radlader genau das wäre nämlich tatsächlich mal interessant ob das dann funktioniert aber der nimmt nicht alles auf vom Boden genau das ist also so funktioniert es halt auch in der Realität mit der Rübenmaus oder eine Alternative ist ein Radlader mit dem Ladeband warum muss das Ladeband dazwischen damit die Rüben noch mal nachgereinigt werden da fällt noch mal extrem viel Erde ab wenn so eine weiß nicht was kriegt so eine Zuckerfabrik eine Million Tonnen bestimmt wenn da man noch ein bisschen Erde am Anhang hat dann sind sicherlich tausende Tonnen Erde die man hinterher in der Zuckerfabrik hat das möchte man natürlich vermeiden also der macht mir die guck mal der lässt einen richtig das ist ja irgendwo das ist voll achso Tino aber denk dran vorne drei hinten zwei vorne drei hinten zwei vielleicht jetzt nicht du kennst Bauer Herrmann nicht hast du noch nie oder der hat er nicht Bauer das muss er sehen vorne drei hinten zwei erklärts mir kurz was ist das ist das eine Insider Gag ja ne Bauer Herrmann wer ist der der kennt Bauer Herrmann nicht schreibt mal in die Kommentare Leute wer von euch kennt auch Bauer Herrmann nicht das ist Pflichtlektüre für nächsten Montag auf deine Reaction Bauer Herrmann und das liebe Vieh Bauer Herrmann und das liebe Vieh du willst Tränen lachen ist das ist das so ein Typ wie hier der Dings hier der 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 mit den Schafen der Schäfer Heinrich ne guck's dir an okay vor allem ich weiß gar nicht Leute wie heißt der Bulle äh wo das heißt hier Bulle so und so sonst die Ruhe selbst heute etwas aufgebracht alter irgendwo er ihm volle Sau welche gegen das Bein löscht der Bulle von Teutz äh Teutz ne 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 alles gut der macht aber guck dir was mann an ist der baut ne Rampe der baut ne Rücken Rampe ja wir brauchen vielleicht gleich mal einen großen Radlader im Tourion oder sowas und schieben das mal kurz ein bisschen auf oder so kommt einer zufällig schon ja ich glaub weil du einfach zu schnell fährst ich fahr 1 kmh das ist viel zu schnell ja ich bin mehr oder weniger unterwegs was denkst du denn wie schnell die das ganze ja weniger wie 1 kmh das ist ja alles schön und gut aber ich kann weniger dosieren geht nicht aber du siehst ja selbst wenn ich hier diesen mach vielleicht musst du auch dein Schnäuzchen hier vorne ein bisschen aufgeregter wackeln lassen bisschen mehr wie die Schwätzchen Mädeln sagst du vor Freude keine Chance Hannes keine Chance ähm reinigt natürlich auch noch mal ein bisschen die Rüben zwischen dann steigt natürlich nicht aber ganz viel Erdanhang bleibt natürlich weg da kommt der geht nix rein da geht gar nix rein da geht gar nix rein da habe ich davon jetzt ein bisschen was die nur da muss man eben Rettung sozusagen machen kurz ne komm wir brauchen die Radlader hier komm her guck mal jetzt lass den Lkw im Graben liegen wir brauchen Radlader jetzt Radlader jetzt Rüben Rampe das ist unfassbar sowas habe ich noch nie gesehen das funktioniert einfach nicht glaube ich das ist natürlich sehr schade hast du nicht die Telefonnummer von Herr Giants die du jetzt anrufen kannst da würde ich aber direkt mal Dings machen hier mit Kamera und würde ihm das mal zeigen im Herr Giants Guck mal hier siehst du das Guck mal programmier mal neu bitte warte mal wir machen den ich mach den mal aus tatsächlich und versuche jetzt mal mit dem Radlader da was aufzunehmen Vorsicht da ist ein Lkw hinter dir du hast ihm fast die Scheibe eingedrückt nein nein das ist ja extra so hoch gemacht vorher schon dass ich das dass da keine Kollisionsgefahr besteht lieber Hannes das habe ich extra reinkalkuliert genau wo ist denn so ein bisschen der Vorteil von der Maus und vom Radlader Radlader natürlich kostet an sich eine Rübenmaus kostet ein wahnsinniges Geld 400.000 schätze ich mal wird sie wo kosten in der Realität ein Radlader kostet 200 na gut mit Überladeband wahrscheinlich auch bei 300 und man muss ja dazu sagen die Maus ist ja wirklich einfach nur zum Rübenladen genau ist eine Rübenmaus hat dann vielleicht drei Monate vier Monate ihren Einsatz im Jahr aber dann läuft die natürlich 24-7 durch also läuft ja nonstop aber es ist halt du schiebst doch jetzt einfach nur die Rüben hoch ja will ich doch ich will den Berg groß machen um jetzt können wir auch nochmal eine Schippe rauf machen können ja der kann ja auch machen aber was macht man die acht Monate des Jahres mit der Maus nix da stellt man weg Mähdrescher fährt auch nur ein Monat im Jahr das ist eigentlich Wahnsinn ne wenn du überlegst die Größe der Maschinen mit allem drum und dran und dann auch was das Ganze kostet ja ist schon verrückt ist schon verrückt und dann stehen die einfach rum ach so der Nachteil ist natürlich oh warte mal oh warte mal ich habe ein Problem bei meiner Aufnahme ich habe nicht mehr genügend Speichelblitz wie geht das denn bitte ich habe noch nichts ich habe halt einen älteren Rechner musst du mal die XXX Ordner löschen Tino du machst ne Hochkipschaufel ja das ist tatsächlich richtig Hannes bist du voll warte mal ja ich rufe dich alles klar kein Problem so da sind wir wieder einmal kurz zurück ich hatte keinen Speicherplatz mehr auf der Karte so jetzt geht es weiter Tino hat mich beladen also der Vorteil von einer Rübenmaus du hast halt viel weniger Überfahrten ne guck mal du musst ja jetzt für jede Schaufel da in den Berg fahren rückwärts stoßen seitlich fahren und du verdichtest da natürlich auch deutlich mehr als wenn so eine Maus da einfach so ein bisschen vor sich hin läuft ne ja aber gut dementsprechend stehen natürlich 400.000 Euro gegenüber und den Radlader kannst du natürlich viel viel vielseitiger nutzen genau aber ich glaube pro Tonne gerechnet bist du wahrscheinlich nachher mit der Rübenmaus günstiger weil du hast einfach mehr Tonnen pro Stunde und ein Radlader mit Überladeband wird sicherlich auch um die 300.000 350.000 vorliegen also der Trion den du da hast ich denke der liegt für um die 230 na gut das ist aber auch gleich wieder das Nonplusultra ja aber was anderes brauchst du nicht anfangen also hier fährt momentan so wie wir sehen sehen wir nichts das funktioniert leider nur bedingt hier im LS 22 ist ein bisschen schade wollen wir mal die andere Maus testen die geht nicht für Rüben oder ist doch die Navarro Maus die ist doch nur für Grün gut genau also alles andere halt eben so ich kann gerne von der anderen Seite mal ran fahren gucken ob da genau dasselbe Phänomen entsteht aber ich kann mir vorstellen wenn das tatsächlich so ist ich mach mal den Anhänger noch voll wie viel wie viel ist schon drin rund 30 33 aber der verdient sich schon wieder in Keil hoch vielleicht kann ja jemand mit dem Radlader einfach mal äh dann hier ein bisschen schieben da fahr ich erst mal auf die andere Seite aber das ist auch das macht keinen Sinn so aber du bist voll ja ja Vorsicht waghalsiges Wendemanöver alles du bist auch wegen die Zuckerfabrik sehr gut da laufen einfach die Rüben raus so ich kippe jetzt gerade hier ab mit was wird bei euch geladen mit der Maus beides also hier ist eine Repetitionskette unterwegs mit dem großen Volvo und einer hat eine Maus sich geholt also einen Lohner der hier schon zwei große Rübenroder hat und drei Transportholmer hier diese ganz normalen wo auch Gülle und Mislaufbau drauf gehen ja der hat jetzt sich noch zusätzlich eine Rübenmaus geholt ah ok wahnsinn ja ist wirklich wahnsinn was da an Geld ist gerade noch mit einem Rübenroder und 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 du kannst übrigens das Förderband auf der anderen Seite auf die andere Seite drehen wenn ich mich nicht irre die können die Lkw auf dem Weg bleiben also ich bin fast der Meinung man kann das drehen die haben keine feste Ladeseite ich glaube schon haben sie? ja genau im Hintergrund seht ihr haben wir schon gegrubbert und so funktioniert es meistens auch in der Realität das heißt man macht schon alles soweit fertig lässt ein Vorgehörter so ein bisschen frei wo halt die Rüben verladen werden und das wird hinterher gedrillt damit man doch den Zeit nicht verliert weil Zeit ist wirklich Geld im Herbst und je früher man ach guck mal da kommt der Arm je früher man den Weißen im Herbst reinbringt desto höher sind auch die Erträge also dass wirklich jeder Tag richtig Gold wert Geld wert hast recht dran ist ja sonst hätte das Ding noch nur 420.000 die kostet statt 500 ganz einfach erklärt aber das ist ein bisschen schade muss ich ehrlich sagen ja das wird bestimmt gepatcht jetzt lass mal den Kopf jetzt nicht so hängen nein um Gottes Willen also ich vermute auch also der Patch der gekommen wird der wird eine ziemlich lange Liste haben glaube ich der Erste ja hast du schon was gehört wann was kommen soll nee leider gar nicht ich vermute aber dass Giants sich gerade überschlägt um den ersten Patch rauszubringen weil also es ist nicht so dass Herr Giants dir morgens so eine WhatsApp schreiben und sagt hey Tino nee so ist es nicht das wäre wäre etwas schön aber äh prinzipiell ist es nicht so nee aber ich habe schon sag ich mal guten Kontakt Giants hat ja Community Manager ja extra auch für uns eben in dem Sinne die YouTuber klingt jetzt blöd aber ist halt so und ähm ja da kriegt man dann schon immer mal ein paar Infos es ist also wirklich übel wie der hier sich eine Rampe baut also es ist der Wahnsinn aber er nimmt halt auch einfach nichts auf oder du bist halt einfach schon wieder voll ich war jetzt voll oh der sind guck mal der Laufmann tatsächlich mit den LKWs schon leer wir haben jetzt drei LKWs aktuell am Fahren Scheiner hat sich aber irgendwie hinverfahren oder so ja nein ich weiß ich habe diesen LKW ausgewählt ich komme nicht mehr aus diesem Loch raus bedien mal die Maus kriegst du schon wobei ich sagen muss die Maus lädt hier ziemlich äh zügig auf naja obwohl es geht da ist aber in der Realität auch ziemlich fix das geht ratzi fatzi ja ja ich alter ich stehe hier in so einem kleinen Hang und komme da nicht hoch was sag ich ja dieser LKW ist echt nicht cool neue Patchnote neue Patchnote erfasst also ich quäme mich hier gerade diesen Mini-Hügel hoch ich komme da kaum hoch weil die Räder alle durchdrehen ja danke vielleicht funktioniert es aber auch einfach nur auf dem Server äh gerade nicht so wie soll ich kann es euch nicht sagen also ob es jetzt am Multiplayer liegt ob es ähm generell ein Problem ist man weiß es nicht ja was gibt es sonst noch zu sagen zu Rüben Hannes was wird draus gemacht in der Zuckerfabrik Zucker ganz normale Industriezucker ganz normale Industriezucker der weiße den du am Ende kaufst der weiße Gift quasi was uns so abhängig macht im Kopf genau der wird da hergestellt und da produziert weißt du wieso der Ertrag ist äh sag ich mal Tonnage Zuckerrüben was kriegt man Zucker da raus was passiert mit dem Abfall die haben so zwischen zwischen 14 und 20% Zucker die Rüben ah ok das heißt einige Betriebe schaffen 20 Tonnen Zucker Reinzucker am Ende pro Hektar zu ernten ok krass und und äh was passiert mit dem Rest äh der Rest ist meistens Tierfutter Tierfutter ne wie sieht es aus das sind so eine kleine Schnitzel äh ja ja ich ähm ich glaube ich bin voll mein Nachbarbetrieb zum Beispiel der hat es äh auch der bekommt da auch seine seine 3000 Tonnen jedes Jahr und füttert ganzjährig dann dazu ne macht damit ein Schlauchsilo verliert das dann mit ein sozusagen das muss ja auch verlieren das ist ja nicht konserviert wo ist denn die Fabrik wenn ich fragen darf da drüben gleich schräg rüber drüben links genau ähm Hannes Rübenschnitzel BGA genau das habe ich tatsächlich auch ein paar Jahre gemacht oh ehrlich ja also Rüben zugekauft ne ich habe tatsächlich Rüben angebaut ähm dann musst du die ja im Prinzip waschen damit du die in deine Biergasse einsetzen kannst du hast zum einen Erdanhang das ist nicht das schlimmste Problem sondern die Steine ähm es gibt zwei verschiedene Verfahren entweder du nimmst eine Waschanlage für Rüben die kommt denn habe ich schon mal Video gesehen wäscht deine Rüben durch genau ähm oder es gibt ein Waschroder hatten wir zum Beispiel im letzten Jahr ein Waschbär der hat einen Wassertank und der wäscht schon beim Roden Nachteil der schafft halt kaum was Vorteil du hast alles mit einem Arbeitsgang fertig ähm und danach packst du die halt in Folie ein machst luftig zu und dann silieren die auch die ganzen Rüben die ganzen Rüben Tino ähm und dann entnimmst du sie hinterher wenn sie siliert sind und entnimmst machst sie entweder in so eine Schnitzelschaufel wie es aktuell im neuesten LS gibt oder du kannst natürlich auch ähm die pürieren mit einer Hammermühle oder so so haben wir es gemacht wir hatten eine Hammermühle für unser Gras und da haben wir dann auch die Rüben püriert haben wir so einen Mousse gehabt und das hast du gefüttert war mega für die Anlage mega geil du brauchst es kaum noch kaum noch rühren weil es ja fast nur ein flüssiger Input ist den du hast ne ja du hast ja kaum Zellmaterial an sich kaum hartes Zellmaterial ähm ist total geil aber das ganze hat ein mega saures Milieu ne also ich glaube pH wird von 4 oder so also da kannst du zugucken wie dir deine Metallteile zerfressen werden ah ok im Feststoffeintrag und du hast halt den Nachteil es fällt sehr viel Sickersaft an wenn die Rüben sedieren da tritt mords viel Zuckerwasser aus was natürlich durch die Biogas geht gar keine Frage ähm aber es hat entsprechend ihrem also du hast ein sehr viel Volumen für wenig Energie Zuckerwasser weil da ist ja wenig drinnen ne ähm und das musst du ja auch mitlagern können im Gesamten kannst du aber sagen ist das Verfahren sehr teuer weil du machst ja sehr viel außerbetrieblich das heißt die Waschanlage die kommt eventuell musst du das Rüben noch legen lassen also ich musste das legen lassen weil meine Amazode EDX ist nicht so genau beim Rüben legen ähm ich bin voll bin voll und dann hast du halt dementsprechend noch das Rübenroden äh eventuell noch ein Überlader damit du auf deine Hänger raufkommst also bei uns war es ein Holmer der kam dann nochmal zusätzlich und der hat dann sozusagen die die Hawe befüllt und das Ganze dann zu Platte fahren konservieren war mega teuer im Prinzip nimmt das so den Mehrwert der Rübe weg weil der Mehrwert ist ja eigentlich dass eine Rübe mehr Biomasse übers Jahr schafft als Mais weil er ja weil sie ja einfach mehr Vegetationszeit hat ne sie kann ein bisschen früher in die Erde und wir hatten ja vorhin besprochen ähm wenn man sie im November Dezember rodet dann kann sie auch noch maximal die Wachstumstage mitnehmen also eine Biogastrübe kannst du easy Mitte Ende November roden ok genau aber wie gesagt das Verfahren ist sehr teuer also ich weiß einige Biogastanlagen haben sich ein bisschen spezialisiert sind weniger ähm die waschen die Rüben und schreddern sie und pumpen die eventuell gleich in so eine Lagune rein das ist halt so ein Brei so einen pumpfähigen Brei und der wird dann nach Bedarf in die Anlage reingepumpt das funktioniert sehr gut und auch dadurch dass sie sie isolieren auch in diesem Brei muss man sagen und sind so sauer ähm dass sie jetzt nicht mehr gären das heißt diese riesen Lagune die fängt nicht an zu gären sondern die ist so sauer und stabil dass das konserviert ist ok genau aber es ist ein schwieriges Thema also es ist für die Biogastanlage an sich total geil die Anlage fährt sich mega geil mit Zuckerrübel aber du hast so viel Nebendinge die einfach so viel Geld kosten und wo du sagst naja machst du einfach 20 Hektar mehr Mais hast du einen eigenen Hexler auf dem Hof oder so hast du alles in meinem Arbeitsgang fertig möchtest du ja 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 klar der ganze extra Aufwand ist ja halt enorm aber macht es Sinn die Rügenschnitzel also die vergorenen oder die die Erostoffe oder die Endstoffe aus der Zuckerfaktik komm mal her ja mit dem Wingsen ja würde absolut Sinn machen kommt aber auf den Preis an du hast ja letztendlich noch den Transportpreis und ich glaube inzwischen ist das auch so begehrt dass du auch wie die Schnitzel an sich was bezahlen musst und ich glaube das hebt dann auch den Mehreffekt auf also quasi musst du für das Abfallprodukt dann nochmal Geld bezahlen genau früher hast du das umsonst gekriegt doch für 1,2 Euro und da waren sie froh dass das losgeworden ist da klar haben wir da auch bei den Maskkohlen eingesetzt aber dann kam daher die Biogasanlagen und 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 dann wird es immer teurer und jetzt ist das so begehrt jetzt musst du dich jetzt schon fürs nächste Jahr anmelden und so Wahnsinn krass wir haben das früher auch immer als Tierfutter gekriegt und in Silo geschmissen abgedeckt und konntest das ganze Jahr verkütteln ja aber es riecht auch total geil war halt ein saugünstiges Fuller in dem Sinne ja genau ja und super schmackhaft also die Rinder mögen das total gerne gut alles ich würde sagen wir haben hier ein paar Rüten doch vom Feld bekommen oder einige LKWs sind runter deswegen würden wir uns erstmal verabschieden das war es erstmal mit unserer Rütenaktion mal gucken was als nächstes ansteht wie gesagt ihr seid auch immer gefragt in den Kommentaren schreibt gerne rein was wollt ihr sehen auf was habt ihr Bock und ja wir sind raus lasst das Däumchen da tschüss und ciao bis zum nächsten Mal ciao ciao ciao